Ich werde dir dein Auslandsjahr sehr viel einfacher machen. Du fragst dich wie? Ich werde es dir gleich erzählen. Ich bin Romy und ich werde mein Auslandsjahr vom Jahr 2022 bis 2023 machen. Und du fragst dich jetzt, wie ich dein Auslandsjahr leichter und einfacher für dich machen soll? Gute Frage. Wie jeder Austauschschüler habe ich sehr viele Informationen eingeholt über die, zum Beispiel die verschiedenen Organisationen. Vorurteile, Nachteile, was sie bieten, was sie nicht bieten. Und später herausgefunden, dass ich gar nicht so viel hätte recherchieren müssen zu manchen Dingen. Und damit dir das eben nicht passiert, mache ich auch schon ein nächstes Video für die Organisationen. Und ich möchte dir einfach generell diese Arbeit ein bisschen erleichtern, damit du nicht so viel Arbeit in Dinge hineinsetzen musst, die es gar nicht hätten nötig haben sollen. Auch in diesen 10 Monaten in den USA nehme ich dich natürlich mit und möchte dir so viele Eindrücke zeigen und meine Erfahrungen mit dir teilen, wie es mir möglich ist. Und hoffe, dieses erste Video hat dir gefallen und ich werde dir in der Zukunft helfen können mit deinem Auslandsjahr. Und das war auch schon mein erstes Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald.